Sehr zuverlässige Geräte, sehr robust und langlebig. Was mir besonders gut gefällt, ist, dass die Geräte einfach komplett robust sind. Man kann mit denen anstellen, was man möchte. Das funktioniert immer. Die Metrum-Produkte gehören vielleicht nicht zu den günstigsten, aber zu den sehr verlässlichen. Und das zahlt sich im Laboralltag auf jeden Fall aus. Dann natürlich eine Robustheit der Geräte. Also kann ich gar nichts sagen. Also wir haben eigentlich überhaupt keine Probleme mit der Bedienung dieser Geräte. Man hat genügend Geräte im Labor, die immer wieder Ärger machen. Und da ist man froh, wenn man eben auch ein paar hat, die ganz brav vor sich hin laufen und ordentliche Werte machen. Man braucht eigentlich fast nie einen Techniker. Weil die Geräte halt erfahrungsgemäß laufen, laufen, laufen und relativ wenig Ärger machen.